Was ein Tarifvertrag ist, wissen wir bereits. Doch wie kommt dieser eigentlich zustande? Das wollen wir uns jetzt einmal anschauen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder soll ein bestehender Vertrag geändert werden. Dann erfolgt die fristgerechte Kündigung des bestehenden Tarifvertrags. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn Gehälter angepasst oder eine Teilzeitregelung eingeführt werden soll. Oder in einem Betrieb gab es zuvor noch keinen Tarifvertrag. Dazu beschließen die Gewerkschaften in ihren Tarifkommissionen konkrete Forderungen, die in der Regel jedoch von den Arbeitgebern nicht eins zu eins akzeptiert werden. Anschließend setzen sich dann die Vertreter der Arbeitgeberseite und der Gewerkschaften, die die Beschäftigten vertritt, an den Verhandlungstisch. So bedarf es oft mehrerer Verhandlungsrunden. Das kann manchmal Wochen oder sogar Monate dauern. In der Zwischenzeit gilt der bisherige Tarifvertrag weiter. Das heißt Nachwirkung. Oft werden Tarifverhandlungen durch zeitlich begrenzte Warnstreiks begleitet, in denen die Beschäftigten stundenweise ihre Arbeit niederlegen. Sie wollen damit die Arbeitgeberseite unter Druck setzen. Wenn die Tarifparteien trotz mehrfacher Verhandlungsrunden zu keiner Übereinstimmung kommen, gibt es die Möglichkeit, einen unabhängigen Schlichter beziehungsweise Schlichterin hinzuzuziehen. Die Verhandlungsparteien sind jedoch nicht verpflichtet, die Vorschläge dieser Person zu übernehmen. Nach vielen Gesprächen verständigen sich die Arbeitgeberseite und Gewerkschaften in der Regel auf einen Kompromiss und beschließen einen Tarifvertrag. Er gilt formal zunächst nur für die Mitglieder der Gewerkschaften. Die meisten Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber übernehmen die Bedingungen aber auch für alle Beschäftigten in ihren Unternehmen. Der Tarifvertrag gilt nun so lange, bis eine der Parteien den Vertrag kündigt. Wenn es zu keiner Einigung kommt, hat die Gewerkschaft die Möglichkeit, die Beschäftigten zu unbefristeten Streiks aufzurufen. Doch dazu in einem anderen Video mehr.